Hallo, mein Name ist Iris Straube und ich bekleite Menschen auf ihren Wegen zu einem selbstbestimmten Leben. Wenn ich eine verdeckte Narzisstin oder ein verdeckter Narzisst wäre, würde ich dir niemals sagen, dass ich genau weiß, was du ersehnst und dass ich es dir perfekt vorspielen kann. Lächerlich, wie du dich täuschen lässt und wenn ich meine Maske später wechsle, wirst du meinen, dass es an dir liegt. Wie schnell du dich nur noch mit mir beschäftigst, finde ich so wunderbar. Was kann ich dafür, wenn du mir alles glaubst? Außerdem wäre es ja noch schöner, wenn es um dich gehen würde, so unbedeutend, wie du bist. Ich erwarte, dass du dich bemühst, mir alles recht zu machen und bestrafe dich, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Dann ziehe ich mich beispielsweise zurück, bis deine Gedanken nur noch um mich kreisen. Ich möchte, dass du Angst hast, mich zu verlieren. Und du denkst, ich fühle wie du? Ha! Dass ich nicht lache. Ich würde niemals so viel Zeit für andere verschwenden. Wie gut, dass ich dich spiegeln kann und du darauf hereinfällst. Ich erzähle dir alle Lügen, die deine Aufmerksamkeit bei mir halten. Zum Beispiel, wie gut meine Absichten doch sind und wie moralisch mein Handeln ist. Wie ich mich aufopfere und selbst überhaupt nicht wichtig nehme, dass ich mich so klein, hilflos und wertlos fühle und immer schon benachteiligt wurde. Die Welt hat mir so übel mitgespielt und es noch nie gut mit mir gemeint. Und ich hoffe so sehr, dass das mit dir jetzt anders wird. Wie schön, dass du mir jedes Wort von den Lippen abliest und dich anstrengst, mir zu helfen. Ich liebe deine Naivität und meine Macht, dich durch dein Mitgefühl von dir selbst zu entfernen. Darauf ist Verlass ein Fingerschnips und schon geht es nur um mich. Natürlich zu Recht. Du bist doch nichts gegen mich und kannst froh sein, dass ich dich auserwählt habe, der Mittelpunkt deiner Welt zu sein. Trotzdem langweilst du mich und es ist müßig, dir immer wieder klarzumachen, was mir zusteht. Damit du nicht nachlässt, stelle ich gern andere über dich und schon bist du verletzt und gibst dir noch mehr Mühe. Du brauchst doch den Schmerz, um zu lernen, wo dein Platz ist. Es beruhigt mich, wenn du an dir zweifelst und nur auf mich schaust. Ich weiß, was du zu tun hast und meine Regeln zu befolgen ist dir wohl das Mindeste. Tu, was ich will und du darfst in meiner Nähe sein. Schlimm genug, dass ich auf dich eingehen muss, bis du endlich glaubst, mich zu brauchen wie die Luft zum Atmen. Und wenn ich das schon höre, lass uns darüber reden. Denkst du ernsthaft, du hast ein Mitspracherecht? Wie sinnlos wäre das denn? Ich hasse es, wenn du mir widersprichst. Was denkst du, wer du bist? Wer nicht hören will, muss fühlen. Und ich weiß, wie ich dich mit meinem Schweigen verunsichern kann. Du sollst dich nie sicher fühlen. Deshalb bleibe ich für dich unberechenbar. Wenn du Frieden willst, stimme mir bei allem zu. Aber in Ruhe lasse ich dich trotzdem nicht. Dafür brauche ich meine Dramen viel zu sehr. Wie soll ich dich sonst weiter manipulieren und schwächen? Du bist so leichtgläubig, dass ich dich verachte. Naja, Hauptsache du bist nicht glücklich. Das ertrage ich nicht und halte dir dann vor, wie sehr ich leiden würde. Herrlich, wenn du dein Lachen schuldbewusst einstellst und versuchst, mir etwas Gutes zu tun. Was du hast und ich nicht habe, schuldest du mir. Und ich nehme es dir weg, wann immer mir danach ist. Einfach gehen kannst du jetzt sowieso nicht mehr. Denn du fühlst dich verantwortlich und verschwendest dich bereitwillig an mich. Wie leicht es doch ist, dich zu kontrollieren. Emotionen stören nur. Wichtig ist, was ich von dir bekomme. Und das muss alles sein, damit ich mein Neid auf dich überhaupt aushalte. Und du gibst doch so gern für ein bisschen Zuwendung. Bettle um Mitgefühl. Das geht runter wie Öl. Deinen Mitgefühl-Webfehler habe ich nicht. Aber vielleicht tue ich mal wieder so, als ob. Falls es mir nützt. Ich kenne deine Schwachstellen und habe keine Skrupel, sie gegen dich zu verwenden. Warum auch nicht? Du gehörst mir. Deine Werte interessieren mich nicht. Aber sie sind praktisch, weil du versuchst, mir nicht wehzutun. Darüber kriege ich dich. Ein gespielt, schmerzverzerrtes Gesicht. Ein herausgedrücktes Tränchen. Und schon kriechst du vor mir und fühlst dich schuldig. Fabelhaft. Kritisierst du mich, räche ich mich und werfe dir etwas vor. Am besten Egoismus. Das zieht meistens. Dann windest du dich wie ein Aal und erklärst und erklärst, was ich eh schon weiß. Manchmal zeige ich Gnade. Oft bleibe ich aber dabei, dich absichtlich falsch zu verstehen und labe mich an deiner Energie, mit der du dich rechtfertigst. Das fühlt sich für mich so gut an und du merkst es nicht einmal. Was andere über dich denken, entscheide ich. Sie sollen dich genau so sehen, wie ich es will. Und das musst du auch mitbekommen. Schließlich habe ich dich dadurch in der Hand. Und tue viel dafür, dass Außenstehende meine Erzählungen glauben. Und du von ihnen nicht unterstützt und nach und nach isoliert wirst. Wenn ich mich dir unterlegen fühle, kritisiere ich einfach jeden Schritt von dir und mache dich so lange klein, bis du am Boden liegst. Dann geht es mir besser als dir. Und so soll es sein. Dafür bist du da. Ich kenne deine Knöpfe, mit denen ich dich provozieren kann und ich drücke sie. Du wirst wütend? Super. Endlich kann ich mich zurücklehnen und die Show genießen. Dann wird meine Wut weniger und ich empfinde Genugtuung, wenn ich deine Verzweiflung sehe, wie ich dieses Gefühl liebe. Dass ich unter deiner angeblichen Aggressivität leide, erzähle ich sowieso schon jedem, der es hören will. Vielleicht kann ich dich auch noch als verrückt hinstellen, damit dich alle meiden und du nur noch auf mich angewiesen bist. Zum Glück weißt du nicht, wie sehr ich das alles von dir brauche und wie ich deine Sinne verneble, wenn du drohst, mir auf die Schliche zu kommen. Hoffentlich kann ich dich noch lange an der Nase herumführen und davon abhalten zu erkennen, dass du mich nicht brauchst. Am besten denkst du gar nicht darüber nach und schaust weiter auf mich. Das waren konstruierte Gedanken, bezogen auf einen Menschen mit einer verdeckten, vulnerablen, narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Bis zum nächsten Beitrag wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.